Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren M23 Video. In diesem Video wird es darum gehen, wie ihr euren ersten M23 Client aufsetzt und konfiguriert. Viel Spaß! So, da sind wir wieder. In einem vorigen Video habt ihr vielleicht schon gesehen, wie man einen M23 Server einrichtet. Das ist allerdings auch nicht so wahnsinnig schwer. Ihr könnt euch dazu eines dieser Videos angucken oder auch die Dokumentation lesen. Wenn ihr euch das erste Mal auf dem M23 Server eingeloggt habt, seht ihr diesen Startbildschirm. Dann könnt ihr die Sprache wechseln. Ich mache das einfach mal. Und schon habt ihr die ganze Seite auch auf Deutsch. Ich werde das Ganze jetzt wieder über VirtualBox demonstrieren und lege dazu als erstes eine VM für den M23 Client an. Dazu klicke ich auf Neu. Vergebe einen Namen. Wähle als Typ Linux aus und als Version Debian 64 Bit. Debian 64 Bit ist eigentlich immer eine ganz gute Wahl. Das funktioniert über verschiedene VirtualBox-Versionen ganz gut. Legt den Arbeitsspeicher für eure neue virtuelle Maschine fest. Ein Gigabyte ist eigentlich auch eine ganz gute Wahl für viele. Die Festplatte wollen wir natürlich erzeugen. Bei der Größe würde ich ein bisschen mehr nehmen. Prinzipiell reichen 8 Gigabyte auch schon aus. Aber damit man mal ein bisschen mehr dazu installieren kann oder auch wirklich Daten drauf speichern kann, sind 25 eigentlich ein ganz guter Wert. Als nächstes konfiguriert die Netzwerkschnittstelle. Die ist standardmäßig auf NAT eingestellt. Aber wir brauchen die Netzwerkbrücke, damit sich der M23 Client innerhalb des Netzwerkes wie ein normaler Rechner verhält. Unter erweitert findet ihr die MAC-Adresse, kopiert die einfach in die Zwischenablage, denn die brauchen wir gleich. Dann könnt ihr auch noch festlegen, ob ihr wirklich eine Soundkarte haben wollt. Kommt auf den Anwendungsfall darauf an, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich mache die meistens aus. Und dann klickt auf OK. Jetzt gehen wir zurück zur M23 Oberfläche. Klicken auf Clients hinzufügen. Die MAC-Adresse, die ich noch in der Zwischenablage habe, die fügen wir hier ein. Über diese MAC-Adresse wird der Rechner identifiziert. Ihm wird dann ein Netzwerk-Boot-Image zugewiesen. Das sehen wir auch gleich noch alles. Also das ist ganz wichtig, die MAC-Adresse. Der Anmeldename ist einfach der Benutzername. Nenn mal Test. Client-Name. Nehme ich hier M23-Client. Der Vorname des Benutzers. Nehme ich auch mal Test. Viele Werte, die hier auftauchen, sind direkt aus dem M23-Server übernommen. Wie die Netzwerkmaske, das Gateway, der DNS-Server. Bei der IP-Adresse wird einfach eine freie IP-Adresse genommen, von der der M23-Server meint, dass sie noch nicht verwendet wurde. In diesem Fall kann es so bleiben. Hier legt ihr noch das Passwort für den Benutzer fest. Und hier für den Root-Benutzer. Dann könnt ihr hier noch entscheiden, welche Zeitzone verwendet werden soll. Ob ein NTP-Server verwendet werden soll. Ob Druckertreiber installiert werden sollen. Und Drucker erkannt werden sollen. Und ob die Anmeldungsdaten lokal auf dem Client gespeichert werden sollen. Ihr könnt auch LDAP verwenden, um die Anmeldedaten auf einem zentralen LDAP-Server zu speichern. Der M23-Server selbst bringt auch einen LDAP-Server mit. Der Einfachheit halber lasse ich das aber bei lokaler Anmeldung und nicht bei LDAP-Verwendung. Klickt dann auf Hinzufügen. Der Client wurde erfolgreich im M23-Server hinzugefügt. Gehen wir jetzt wieder zu VirtualBox. So. Jetzt können wir den virtuellen M23-Client starten. Hier auf Abbrechen klicken. Und F12 drücken. Und LAN auswählen. Also das L. Hier steht auch wieder diese MAC-Adresse, die wir vorhin verwendet haben. Und wie man sieht, wird ein Kernel darunter geladen und ein Netzwerk-Boot-Image. Der M23-Client macht jetzt eine Hardware-Erkennung über vorhandene Festplatten und weitere Hardware-Informationen und schickt diese Informationen an den M23-Server zurück. Damit ist er jetzt soweit durch. Jetzt wartet er auf Aufträge vom M23-Server. Jetzt gehen wir wieder zurück zur M23-Oberfläche. und klicken auf Clients einrichten. Dort taucht der Client auf und ist gelb. Das heißt, er hat eine Hardware-Erkennung gemacht und hat Informationen an den M23-Server gesendet. Jetzt auf Einrichten klicken. Und hier seht ihr die aktuelle Partitionierung und Formatierung. Das sind ungefähr 25 GB und es ist noch komplett leer. Klickt auf Automatische Partitionierung und Schema anwenden für die einfachste Variante. Dort habt ihr eine Partition für die Daten und das Betriebssystem und eine zweite für Swap. Das könnt ihr soweit lassen. Ihr könnt allerdings auch die Konfiguration ändern. Ihr könnt Partitionen anlegen. Ihr könnt Rate-Laufwerke anlegen. Ihr könnt Mount-Punkte definieren und so weiter und so fort. Dieses minimale Layout mit den zwei Partitionen ist eigentlich immer ganz praktisch. Es sei denn, ihr braucht etwas Komplizierteres. Anschließend klickt ihr auf Partitionierung, Formatierung abschließen und Distribution wählen. Nochmal auf Weiter klicken. Jetzt könnt ihr die Distribution auswählen. Aktuell sind das diese hier. Ich nehme Debian 10. Auf Wählen klicken. Und jetzt legt ihr fest, welcher Desktop drauf soll. Ich nehme hier den Mate-Desktop. Lasst euch von der 8 nicht irritieren, denn diese Konfigurationen sind für Debian 8, 9 und 10 identisch. Jetzt werden Informationen über verfügbare Linux-Körnel abgerufen. Das kann ein bisschen dauern, je nachdem wie schnell eure Internetverbindung ist. Jetzt legt ihr noch fest, welchen Körnel ihr verwenden möchtet. Normalerweise ist das hier schon eine gute Wahl. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, explizit einen auszuwählen. Klickt nun auf Distribution installieren. Soweit so gut. Gehen wir zurück zu dem M23-Client. Dieser fragt jede Minute beim M23-Server nach weiteren Aufträgen. Also kann es ein bisschen dauern. Jetzt ging es relativ schnell. Aber gebt dem einfach ein bisschen Zeit. Jetzt geht es los mit der Partitionierung und Formatierung des Clients. Ihr könnt währenddessen aber auch in die M23-Oberfläche zurückgehen. Zurück zum Kontrollzentrum. Dort findet ihr Informationen über den M23-Client. Und ihr habt hier auch einen Echtzeit-Status. Da seht ihr mit kleiner Verzögerung das, was auch auf dem Bildschirm des M23-Clients abläuft. Das ist ganz praktisch dafür, wenn ihr nicht direkt daneben sitzt, wenn das keine virtuelle Maschine sein sollte, dann könnt ihr einfach so sehen, was dort abläuft. An dieser Stelle wurde das Basissystem heruntergeladen, wird entpackt. Jetzt werden weitere Pakete nachgezogen. Das System wird konfiguriert und Schritt für Schritt eingerichtet. Das dauert jetzt ein bisschen. Währenddessen gehen wir nochmal in die M23-Oberfläche. Unter Client-Administration Aufträge ändern. Da könnt ihr sehen, welche Aufträge bereits abgearbeitet wurden. Also wir haben einmal dieses Preset-Up, das ist die Hardware-Erkennung und Übertragen der Hardware-Informationen an den M23-Server. Dann gibt es hier das Partitionieren und Formatieren. Und direkt danach wird nochmal die Hardware erkannt und aktualisierte Partitionierungs- und Formatierungs-Informationen an den M23-Server übertragen. Dann gibt es hier die Installation des Basissystems. Und das dauert halt ein bisschen. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt das grafische Subsystem. Das ist zwar jetzt nicht mehr X3-86, sondern jetzt X-Org. Dann wird der Desktop installiert und eingerichtet. Dann werden die Paketinformationen über installierte Pakete an den M23-Server übertragen. Dann wird noch der Drucker eingerichtet. Dann gibt es hinterher noch einen Neustart. Und nach dem ersten Neustart werden Benutzer angelegt. In der Hardware-Informationen können wir auch gucken, was für Hardware-Informationen liegen dort vor. Dort seht ihr halt, was für ein Prozessor dort ist, wie viel Arbeitsspeicher das System hat, was für einen Grafikkontroller, was für eine Netzwerkkarte. Dann gibt es einen Block mit DMI-Informationen. Je nach Hersteller können da sehr detaillierte Informationen drin stehen. Dann haben wir hier die aktuelle Partitionierung und Formatierung. Wie ihr seht, ist es nicht mehr weiß, sondern wirklich diese zwei Partitionen, die wir auch vorhin ausgewählt haben. Und das sind wirklich die Informationen, die jetzt aktuell auch auf dem System vorliegen. Und das sind wirklich die Informationen, die wir auch vorhin ausgewählt haben. Hier habt ihr quasi nochmal den direkten Vergleich. Links die virtuelle Maschine, wie es dort aussieht mit der Bildschirmausgabe. Und rechts daneben mit etwas Verzögerung, was übertragen wurde. Fehlermeldungen oder Warnungen, die hier auftauchen, wie dass irgendwelche Firmware nicht vorhanden ist, die sind normalerweise nicht wirklich kritisch. Firmware wird nachher in einem weiteren Schritt nachinstalliert. Solange die Installation erstmal losläuft und es also eine Netzwerkverbindung gibt, ist alles im grünen Bereich. Denn diese Firmware-Pakete werden nachher einfach nachinstalliert. Wie ihr seht, findet das jetzt gerade statt. Dort wird Firmware für Realtek und für RALINK nachinstalliert. Und für eine Reihe weiterer Firmware. M23 richtet bei den Clients die Sprachen auch so ein, wie ihr das im Dialog konfiguriert habt. Und diese Einrichtung geht soweit möglich für die Konsole, also für den wirklichen Textmodus, aber auch nachher für den Desktop. Hier seht ihr halt, wie der nächste Schritt, also XORG, durchläuft. Das grafische Subsystem wird installiert. Nochmal kurz zu diesem Überblick, also Aufträge ändern wieder. Und wie ihr seht, ist dieser erste Schritt mit Installation des Basissystems schon durch. Je nachdem, welchen Desktop ihr installiert, werden auch gleich weitere Pakete mit installiert. Wie jetzt kurz zu sehen war, war auch LibreOffice mit dabei. Diese Desktop-Konfigurationspakete können ziemlich umfangreich sein und eine breite Auswahl an Applikationen enthalten. Es gibt aber auch minimalere Pakete und Desktops, wo halt nicht so viel mit dabei ist. Dann könnt ihr die Software nachinstallieren, wie ihr das gerade braucht. Vielen Dank. Je nach Rechenleistung des M23 Clients und vorhandener Internetverbindung kann das Installieren und Konfigurieren länger dauern. Allerdings wird jedes Paket, was installiert wird, auf dem M23 Server zwischengespeichert, also nur einem aus dem Internet heruntergeladen. Das nächste Mal wird es also etwas schneller gehen. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle geht es los. An dieser Stelle geht es los mit der Installation des eigentlichen Desktops. In diesem Falle ist es ein Mate-Desktop. 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 Jetzt sind wir auch schon bei dem Auftrag mit der Druckerinstallation. Jetzt können wir allerdings schon mal gucken, wie die Pakete übertragen wurden, weil der Auftrag für das Übertragen der Paketinformationen ist schon abgelaufen. Wir können hier auf Clientinformationen, Paketinformationen klicken und einen Suchbegriff eintragen oder halt leerlassen und auf Suchen klicken. Und dann gibt es hier die Übersicht über alle installierten, beziehungsweise auch wieder deinstallierten Pakete mit Versionsinformationen. Und wenn ich jetzt nach irgendwas suchen möchte, nehme ich dann mal Firefox und suche danach und dann bekomme ich eben bloß die Pakete aufgelistet, in denen Firefox steht. So, gehe ich wieder zurück und jetzt sollte die virtuelle Maschine auch soweit durch sein und hat ein Neustart gemacht und jetzt kann ich mich einloggen. Und habe jetzt hier einen vorkonfigurierten Mate-Desktop auf Deutsch. Bei diesem Profil ist relativ wenig Software mit dabei. Das ist auch so gewollt. Es gibt eine andere Mate-Konfiguration, wo deutlich mehr dabei ist. Ihr könnt hier natürlich auch Pakete nachinstallieren. Das geht über Pakete, installieren. Dann wählt den Client aus, auf dem ihr die Pakete installieren möchtet, also unseren M23 Client. Dann seht ihr hier, dass der Paketindex noch nie aktualisiert wurde. Das geschieht beim ersten Suchen einfach mit. Ich möchte den midnight Commander haben. Ich suche jetzt einfach nach midnight und klicke auf Suchen. Jetzt dauert das etwas, bis die Paketinformationen aus dem Internet heruntergeladen wurden und auf dem M23 Server zwischengespeichert sind. Erst wenn das geschehen ist, läuft die eigentliche Suche los. Geht bei mir relativ schnell. Bei euch kann es etwas länger dauern. Mit der Suche midnight wurden gefunden das Paket MC für den midnight Commander. Das möchte ich haben. Ich wähle hier aus, dass ich das haben möchte. Abhängigkeiten werden automatisch aufgelöst. Also brauche ich wirklich bloß das auswählen. Ich klicke auf Vormerken. Jetzt habe ich das in meiner Liste drin, ein Paket vorgemerkt und sage hier vorgemerkte Pakete installieren. Jetzt sehe ich an meinem M23 Client, dass sich da etwas tut. Die Festplattenleuchte blinkt und die Netzwerk Kartenleuchte blinkt ebenfalls. So, jetzt ist es wahrscheinlich durch. Ich kann jetzt wieder gucken und schaue hier bei Aufträge ändern und sehe einen Installationsjob für ein normales Paket. Der MC ist fertig. Jetzt habe ich gesehen, dass es durchgelaufen ist. Ich kann jetzt natürlich auch nochmal gucken bei den Paketinformationen. Jetzt gebe ich einfach MC ein für den midnight Commander und sehe ja das Paket MC und MC Data wurden beide installiert. Jetzt kann ich in der virtuellen Maschine gucken. Das Ganze ist ein Konsolenprogramm, also brauche ich ein Terminal und gebe MC ein. Und wie man sieht, gibt es jetzt ein midnight Commander. Natürlich kann ich auch wieder Pakete entfernen. Dann gehe ich auf Pakete. Deinstallieren. Wähle meinen Client aus. Klicke dort auf Deinstallieren. Suche in der Liste nach dem Paket MC. Wähle dieses Mal beide aus, damit auch dieses Zusatzpaket weg ist. Klicke auf Vormerken. Sollen beide entfernt werden. Vorgemerkte Pakete deinstallieren. Kann ich wieder gucken. Blinkt wieder ein bisschen bei beiden. Und jetzt scheint es durch zu sein. Wenn ich jetzt MC eingebe, funktioniert das Kommando nicht mehr. Also das Paket wurde wirklich deinstalliert. So kann ich das mit allen Paketen, die im Debian Repository drin sind oder bei Ubuntu Linux Mint, was auch immer ihr installiert habt, einfach durchführen. Da kann ich Pakete installieren, deinstallieren. Ich kann aber auch Updates fahren. Updates gibt es über Pakete. Update. Client auswählen. Und dann sagt ihr, was ihr haben möchtet, ob ihr ein komplettes Update haben möchtet oder ein normales Update. Komplett heißt ein Dist Upgrade. Und das normale Update ist ein Upgrade. Ihr könnt auch gucken, welche Pakete davon betroffen wären. Aktuell gibt es nichts zu aktualisieren, da die Pakete wirklich auf dem letzten Stand sind. Ansonsten würdet ihr hier sehen, folgende Pakete müssten aktualisiert werden und so weiter und so fort. Das wären eigentlich erstmal soweit die Grundlagen von M23. M23 hat allerdings noch viele weitere Funktionen, dass ihr Updates automatisieren könnt. Wenn ihr wirklich viele Clients installieren möchtet, könnt ihr dafür die Massentools verwenden. Dafür definiert ihr einen Client. Das sieht dann so ähnlich aus wie hier. Die weiteren Schritte sehen ähnlich aus wie bei der Installation eines richtigen M23 Clients. Bloß, dass diese Informationen alle in der Datenbank landen und dann für die wirklichen Clients immer abgeleitet werden auf deren wirkliche Hardware. Dann haben wir noch sowas wie den Script Editor. Damit könnt ihr die M23 Script API verwenden, um damit Aufgaben zu automatisieren. Dann könnt ihr Pakete direkt bauen, die auf dem M23 Server für alle M23 Clients zur Verfügung gestellt werden. Ihr könnt Paketquellenlisten selbst zusammenstellen. Hier gibt es für die Distribution schon die vorgefertigten Paketquellenlisten für Debian in verschiedenen Versionen für Ubuntu, für Linux, Mint und so weiter. Ihr könnt allerdings auch eigene Listen konfigurieren, sodass ihr weitere Paketquellen einbindet. Ihr könnt Paketzusammenstellungen bilden. Eine Paketzusammenstellung ist, wie der Name auch schon sagt, eine Zusammenstellung von vielen Paketen. Dann habt ihr so einen Bündel, was ihr auf beliebig viele M23 Clients gleich automatisch mit installieren könnt. Ihr könnt zum Beispiel eine Paketzusammenstellung aus LibreOffice, Inkscape, Gimp und so weiter machen und das Ganze dann Office nennen und als Zusammenstellung auf die Clients bringen. Das macht es einfach, wenn ihr mit vielen Clients zu tun habt, die ihr gleich halten möchtet. Wir haben auch noch Virtualisierungsfunktionen. Es gibt Funktionen für Gruppen. Jeder Client ist automatisch in der Gruppe Default. Auf Gruppen könnt ihr Aufgaben durchführen, wie das installieren, deinstallieren, updaten und wiederherstellen. Damit könnt ihr euch die Arbeit wirklich vereinfachen, indem ihr eine Gruppe auswählt und dann sagt, auf dieser Gruppe möchte ich folgendes Paket oder folgende Paketzusammenstellung installieren oder ich möchte auf all diesen Rechnern, die innerhalb dieser Gruppe sind, das Paket entfernen oder ich möchte Updates fahren oder für Schulungsräume ist es ganz praktisch, diese Wiederherstellenfunktionen zu nehmen. Dann werden alle Rechner innerhalb dieser Gruppe wieder so aufgesetzt, wie sie mit M23 aufgesetzt wurden. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele weitere Funktionen von M23, die ich allerdings jetzt nicht vorstellen möchte. Schaut euch das Ganze einfach mal an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen. Deine Lucchmann 557 hat online. Untertitelung des ZDF, 2020